Hallo, mein Name ist Merten Giesen. Ich bin vom Medienzentrum Frankfurt. Herzlich willkommen in unserer kleinen Medienwerkstatt. Aus gebenden Anlass möchte ich Ihnen gerne drei Dinge versuchen, heute in diesem kleinen Video näher zu bringen. Erstens, wo finde ich eigentlich digitale Lernmaterialien für meine Schülerinnen und Schüler? Zweitens, wie kann ich diese Lernmaterialien meinen Schülerinnen und Schülern zugänglich machen? Und drittens, wie kann ich auch online und digital mit meinen Schülern und Schülern zusammenarbeiten, also kollaborieren? Viel Spaß!